Ich will wirklich sehen, wie bei mir die Berge arbeiten werden. Dritter Halt bei irgendeinem Wasserfall, nein, Wasserfallgießen heißt er. Von Baden im Gießen wird aus Gründen des Gesundheitsschutzes abgeraten. Abendessen beim Mexikaner los Jalapenos. Was ist denn? Quesadilla, genau. Ein und guck aus. Es ist nichts um aktivieren, es ist einfach ein Stück Quote. Ich bin gerade gekommen. Sie sind endlich am denken, action action. Was ist denn? Ja, das Hasli. Ah, nein, nicht du. Das Hasli. Nein, pst. Hey, du auch nicht. Nein, ich will das Hasli sehen. Warum darf ich nicht? Nein, wirklich. Schau, jetzt ist das Hasli weg. Und, seid ihr zufrieden? Ja. So, jetzt hab ich euch. Voll am Chill. Yeah. Und jetzt wieder um zuhause. Asse, assse, assse, schiesse, assse, assse, schiesse, schiesse, assse, assse, assse. Das Abendessen ist der Wirt, Harald. Ja, ich komme. Komm, es ist lecker! Du mein Lieber Herr, du bist... Du bist langweilig. Komm, zeig etwas in der Kamera. Ja, du, genau du. Ah, bist du ich? Nein. Es ist einfach nein. Noooo! Go, 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 go! Mit ihrem Brötchen, Schöckchen, Händchen. Das Tischi. Oh, wo ist es? Da haben wir ein wenig Neger, Nemo. Ein wenig Vetter, ein wenig mehr gegessen. Und da haben wir wieder einen anderen, der komisch ist. Da haben wir Dory. Hallo Dory! Hallo! Hallo! Biiiih! 5 Sterne! Äh, sind wir da in Interlaken oder in Saudi-Arabien? Was ist hier die Frage? Hey! Haben wir da ein wenig Startschwierigkeiten? Ich war schon drinnen. Da war das Video. Ich und mein Video. Amar, 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 amar. Ey, die kleinen! Sehr brutal! Bam! Und... Ah, nein, fertig. Das ist fertig. Komm, komm. Komm, ich suche den Schubladen. Und jetzt das Schubladen zu. Das Babyäsel. Das sieht so wie ein Menschenkostüm aus. Oh mein Gott. Oh, schau wie sie dich kratzt. Schön kratzen. Hier ist ein Vogel. Ein schöner Vogel. Nein, voll nicht im Takt. So machst du das. Ah, jetzt du. Nein. Wirklich gleich vorne. Ja genau. Braucht ein bisschen länger. Papp. Vor uns ein Doppel-Einhorn. Mit scharfen Körper. Was schaust du dahinter? Was schaust du?